Ja! Ja! Warte! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ja! Real MVP bin ich so. Warum kann ich nicht den Platz zurückwechseln? Yo, where did that faggot go? Yo, ich heil die Leute mit meinen Pfeilen! Denn... Isn't that awesome? So, jetzt geht's aber mal ab hier. Wir kommen jetzt langsam voran. Wieder! Ich schieß halt mit meinem Bogen vor. Oh, ne! A bit sandwich! Ich mal wieder mit seinem Ding. Reicht sich ein, oder? Worst feeling? Dann, dann, dann! Oh, Geilo Family! Frag mich gerade, wie mein Tag war. Eigentlich ganz gut. Ja, hab mein Handy heute ordentlich missbraucht. Das hab ich noch gar nicht erzählt. Also, ich hab halt alles, was man so mit Sprache mit ihm anfangen kann, mit Sprache gemacht. Es überall hin navigieren lassen, wo ich eh schon weiß, wo es hingeht. Aber egal! Hauptsache, probiert! Und es ist richtig cool! Ich mag das jetzt schon! Nein! 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 Oh, no! Oh, no, you didn't! Die haben übrigens einen Schnibber. Schnibber! Vielleicht noch ist vor. Ein Schnibber! Ähähäh! Öpfer! I killed some öpfer! Komm, jetzt geh mal ab! Puh! Okay, was hast du für ein Handy? Das hat mir Mona weg genommen. Moto X Style! Warte, ich hol's gleich. Da gibts ja verschiedene, äh, Varianten, die man sich selber zusammenstellen kann. Das Design.. und ich bin doch nur eins besonders stolz. hmm. Hab auch lange nachgedacht ob ich's tatsächlich so machen soll ... aber es ist schon recht, äh, auffällig. Auffällig ist gut. Dem ein oder anderen wird es sicherlich nicht gefallen. Die werden sagen, wie kannst du nur so was rumlaufen? Und Silvan zum Beispiel sagt, alter, das ist das Gute. So ein Handy muss auch ein bisschen auffällig sein, was Besonderes sein. Ein Auszeichnen, ich weiß nicht. Vielleicht finde ich das auch nur. Maybe it's just me. Yo, jetzt gewinnen wir los. Roll the dice und ich krieg Crits, ihr Faggots. You morons, alter, jetzt geh nur mal ab mit Crits. Yo, bitch. Invincibility. Invincibility, oh. Scary Bullet, oh, nice. Mona füttert mich nebenher. Und das Handy sieht. So, ist gut, du hast es gesehen, das war's. Das hier. Recht cool. Also ich find's schick. Sobald ich mit der Hand davor geh. Okay, don't do it. Geht's auch wieder an und zeigt mir die Uhrzeit und meine Benachrichtigungen, die ich so hab. Schmega cool. Ja, sie meint, ich find dein Handy ganz in Ordnung. Bei dem Editor sah es nicht so gut aus wie in echt. Echt, ich find es sieht voll so aus wie in dem Editor. Ich, ich dachte die Farbe wäre nicht so mega knallig, aber das ist sie jetzt. Das find ich echt cool. Also so sieht's eigentlich genauso aus wie ich's mir gehofft hab. Hm. Okay, ich damit hier wieder jemand. Wenn man, wenn man das so nebeneinander hält, warte. Ja, ja. Ich steh auf grün. RageOptics schreibt, das Handy ist awesome. Ja, man. Ich find es mega awesome. Ohne Witz. Hab's jetzt seit drei Tagen und bin schon mega hin und weg davon. Hoffnung, das bleibt auch so. Mona, dein Bro ist im Chat. Alles Gute von der Mona. Hat er Geburtstag? Spaß. Ich verarsche mich einfach. Fick dich. Tch. Jetzt sag ich nix mehr. So. Kein Bock mehr auf den Scheiß, ja. Was bringt eigentlich dieser Rettungsranger? Der schießt irgendwie so komische Enterhaken. Was passiert, wenn ich da jemanden treff? Was ist da? Dann ist das cool. Hm. Oh, ich hab Instantkills. Schade. Ich gerade auf, ab und los, weil ich die ganze Zeit Headshots verteile. Ha, ha. L-l-l, nur weil ich so gut bin, natürlich. Äh, ich hab wenigstens einen getötet mit den Instantkills. Instantkills. Ähm, ich glaube, ich hab noch Instantkills. Nein, mein Effect is worn off. Jo, okay. Typ dead. Noch ein Typ dead. Aua. Nein, mein Effect ist gerade gar nix mehr. Oh, lol. Fuh. Oh, shit. Jetzt hab ich die Übersäge, Gerade und den Huntsman. Cool. Jetzt ist es wieder so wie beim letzten Mal. Wir schaffen es nicht, diesen letzten Punkt einzunehmen. Ja. Passt zum Getränk und zu den Kopfhörern. Ja, stimmt. Eigentlich voll. Zu den Kopfhörern hab ich schon gesagt. Wobei es ein bisschen ein anderes Grün ist. Da finde ich, das hier ist schon eher, also... Nein, Cercer, why you do this? Passen wir hier zusammen. Now we're gonna fail. I guarantee it. Wir müssen jetzt gewinnen hier. But it's not gonna happen. It's not gonna happen. Weil ich jetzt kein Start mehr bin. Und einen Revolver hab. Gut, das mit dem Revolver ist ein Grund. Ich hab den Heavy gerade einfach mit dem fucking Bogen gefickt. Hier, take Gerade. Oh, ich weiß immer noch was. Diesen Wahlkampf, Mann, Alter. Ja, ich hab gerade einen gerated und dann einfach mit der Ubersäge gefickt. So overpowered. Oh, nee. Jetzt hab ich nur den Unruhestifter. Oh, nee. Beispielsweise war ich auch verliebt. Dieses Geschenkpapier. Earthquake, wow. Echt? Ja. Weiß nicht. Ich hab das bisher nicht cool gefunden, aber ja, okay. Alter, diese Kugel, die du da verschießt, die macht den Gegner blutig. Okay. Boah, Junge. Das wackelt. Ich hab den Earthquake gerollt. Nein. Danke. You, last capped schon hier. Ba-bam. Der Punkt ist wieder unser. Easy. Easy. Oh, you fucking. You fucking what, mate? You fucking tomato, mate. Fuck. I have a sandwich. And big kill. Nein. Fucking. Aber wir halten uns nicht so, dass wir eine Funktionen. Ja, 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 schon. Wir machen immer Schritt für Schritt. Geht immer noch ein Stück voran. Auch wenn wir jetzt wieder verlieren. Oh, fucking. Pistolen, echt. Oder Revolver oder whatever. Whatever DDI ist. Hey, wie lang das dauert. Ach so, bestimmt dieser Jetrix ist bestimmt aus dem Game hier. Der hab ich grad gekillt. Der hab ich grad gekillt. That ain't no proper grammar. Oh, ich krieg doch nichts hin mit dem Shit. Oh, ich krieg doch Anfalle. No, you fucking idiot. Steak und Raketenspringer. Dann lass uns mal Raketen springen. Lose geht's. Let me rocket jump to the hill. Nope. Two better places, man. Two better places. Oh, yeah, yeah, yeah. Schieß einfach nur rein, dass es größer aussieht, weil ich hab's sonst eh nur ein Sandman. Vor allem Sandman kann ich jemanden kloppen. Yo, Kontalpunkt gesichert. Gesprochen. Sniper. Oh, nee, die haben einen Sniper und ich hab nix. Oh, nee, die haben einen Sniper und dann aimen wollen und dann bläst du sein. Unlimited Uber. Ähm, okay. Hab ich überhaupt n Uber-Charge? Ja, ja, tatsächlich. Oh, da ist ein Team-Mate. Hier, jetzt. Los geht's, bro. Wir sind unlimited, bruh. Let's go in there. 20 Sekunden. Let's go to Mars. Uh. Or something. Oh, man. Oh, man. Ich habe eine Idee. Ich kann heilen. Ich bin ein Scout mit einem Flammenwerfer. Oh, shit. He shootin' at me. Gerade so, dass er mich gekillt hat. Und Ole Gunnar 10 ist auf Hitbox. Hallo an den Olle Gunnar. Ich kenn auch jemanden aus der Arbeit, der Gunnar heißt. Das ist voll das seltene Name. Also ich kenn den Namen nur einmal. In my life yet. Alter, wie die Leute manchmal laggen. Ist das mir auch schlimm? Ja. Manche Leute können... Das denkst du dir so, Alter. Dass er sich überhaupt bewegt. Nein! Nicht der mittlere Kontrollpunkt. Nein, wir haben so gut gespielt bis jetzt. Dann müssen sie einfach distracten, wenn man der hintere wieder angreifen muss. Nein! Das ist einfach so großartig genug, um zu arbeiten. Ich hab's geschenkt, Papier. Ja! Ach, der hat ja sogar ein Ding... ...Bang? Ja, und wenn du damit jemanden triffst, dann looten die Person. Das war echt hart! Oh! Ah, das ist das, was ich schon öfter mal abgekommen hab, hä? Cool, alles klar. We need to secure the point. Aber echt, ey. Das geht ja so gar nicht weiter. Nein! Das sind doch zu dritt oben. Und den... Dann looten jetzt erstmal einer. Und den da oben zwei. Oh, ja. Das ist... Ah, Sentry ist schon ein bisschen hart. Zack! First enemy down. Nein! Awe! Awe! What's coming there? Was hab ich jetzt? Eine SMG? Was ist auch so ein pretty run? Best SMG of the world. Nein! Diese scheiß Geister. Die kommen auch nur, wenn ein Kontrollpunkt einnommen wird. Ich weiß, ich weiß. Und dann nerven sie ja speziell. Oh ne, ich hab mich selbst entzündet! Spontane Selbstentzündung! Oh mein Gott! Das dominiert mich sogar schon jemand, weil sein 6 Sentry da oben im Aufboot hat. Was für ein Arsch! Oh, bo-krab! He didn't even deserve that! Hmm. I know that feel. Brooo! Roll schein' ich noch ab und zu den Dice? Ab und zu, ja. Ab und an mal. Ach Gott, sie fixt, ihr Uhrenköpf! Zündet er mich einfach an? Das gibt's doch nicht. Das geht ja gar nicht klar. Okay. Okay. Das ist nicht cool. Ganz und gar nicht cool, ihr Leuts! Sterbt! Geast! Ah! Vielen Dank.